Liked, wenn ihr mögt, was ihr hier seht. Kao, mein Lieber, vielen Dank erstmal für alles. Sehr gerne, mein Lieber. Wenn dein Portfolio nach dem Einkauf im Bärenmarkt aus nur 5 Coins bestehen würde, welche wären es? Warum limitierst du dich denn auf nur 5? Ich verstehe das nicht. Es gibt so viele bombastische Projekte. Und ich rede jetzt nicht von Hunderten von Projekten. Ich rede von 20 bis 30 Projekten, die wirklich eine krasse Zukunft vor sich haben. Warum soll man sich dann auf nur 5 limitieren? Aber wenn ich müsste, dann wären das große Projekte. XRP wäre mit drin, Cardano wäre mit drin, VeChain wäre mit drin, Algorand wäre mit drin und Singularity Net wäre mit drin. Tron würde ich eventuell auch mitnehmen. Ethereum tut man nichts Falsches bei, wenn man Ethereum auch mit reinnimmt. Quant muss rein. Quant muss auf jeden Fall rein. Metahero will ich auch. Gala will ich auch mitnehmen. Es gibt so einige. Ich kann es nicht auf 5 begrenzen. Kann ich einfach nicht. Und muss ich auch nicht. Weil ich mehr als 5 einkaufen werde im Bärenmarkt oder wir als Crypto Heroes. Und wir werden im Bärenmarkt euch mitteilen, welche Coins das sind. Das werden auf jeden Fall im Schnitt vielleicht 20 oder über 20 Projekte sein. Und von diesen 20 kannst du dir dann die 5 raussuchen eventuell, die dir am meisten liegen.